Okay, jetzt läuft der Shit, oder was? Die Musik gefällt mir irgendwie nicht. Oh oh, das war ein bisschen... Okay, äh, ich versuche die Batterie mal rauszuholen. Irgendwie, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Achso, mit der Hand, ja, nee, ist, äh, klar. Achso, das ist so ein Schnell-Links-Pumps-Verschluss, alles klar. Alter, du verdammtes Auto, halt doch mal deine verkackte Fresse. Ja, mach die doch ab, ey, ohne Scheiß. Meine Fresse, ja, einer muss nur ab, ich weiß. Alter, okay, das Auto ist schon mal ruhig, wir haben die Batterie. Man passt ja auch einfach so in den Rucksack, ist schon klar. Äh, äh, ich kann aber nicht so gut klettern wie du. Ich möchte da gerne auch hoch. Liebe, eil dich mal ein bisschen. Das würde mich doch ein bisschen vorstimmen. Ja, dann lass dir mal was einfallen. Dachluke. Okay, ich komme nicht ran. Ja, ist ja gut. Ja, jetzt ist eh egal, die Zombies sind eh hier. Ach, die kommen ja auch hoch. Na, ist ja wunderbar. Ähm. Halt mich fest, lass mich nicht fallen. Dankeschön. Äh, jetzt soll, sie sind nur auf dem Dach, sie sind nur auf dem Dächer. Ja, wir sind nur auf dem Dach. Ja, wir sind nur auf dem Dach. Hörst du überhaupt nicht zu klettern? Komm schon. Äh. Ja, sicher. Komm schon, was bist du, Dachluke? Halt mich! Hm, ich weiß nicht, Baby. Hammer, Hammer! Alter, zum Glück habe ich nicht daneben geklickt. Und wäre das, glaube ich, ein bisschen schlecht für mich ausgegangen. Aber so ist ja alles gut. Läuft alles. Alles klar. Hammer. Lass sie uns hier einfach mal alleine. Das ist auch ganz, ganz nett von dir. Die sind immer ziemlich verarschen. Aber irgendwie kriegt der Latina nicht geschissen, kann das sein. Und wir sind schon längst wieder zurück und ihr seid immer noch da und versucht, das Ding da aufzubekommen. Nein, wenn euch das Spaß macht. Ähm. Verdammte Scheiße. Ähm. Drück Kuh, komm schon. Komm schon. Komm, mach doch einfach. Verlier doch einfach deinen Kopf, Junge. Äh, okay. Die sind sowieso hier. Okay, wir brauchen irgendwas zum zumachen der Tür. Na, ob das so super hilft. Ich bin ja mal skeptisch. Komm schon. Das ist ein bisschen kurz, oder? Alter. Damn well better. Alter. You got the fuel. Let's not start high-fiving each other just yet. Let's get the hell back to the classroom. It's a hand with these fuel camps. They weigh a goddamn ton. Mann, ey. Ich hoffe, das hält die lange genug auf, damit sie uns wieder verpissen kann. Hey, how'd you guys make out? We got the fuel. Awesome. Good job, guys. How are you doing with that door? Not so good. Here, let me give you a hand. Was soll sie schon mit der anfangen? Also ganz ehrlich. Außer sie hätte irgendwie ein Auto oder sowas, was sonst noch funktioniert. Thanks for all your help back there. I don't think we would have made it without you. No problem. We're all on the same team. So you're a cancer survivor, like Vernon and the others. Yeah, I was diagnosed when I was in college. Been getting treatment ever since. Just when I was starting to get better, when I thought there might be some hope, all this happened. Lost my whole family. I'm the only one who survived. Funny how things work out, huh? Ironie des Schicksals. How long have you known Vernon? Couple of years. He ran our support group. He was really great, helping me come to terms with my disease. But how do you come to terms with something like this? With a place like Crawford? I don't know what I or the other survivors would have done without Vernon. He's the one who held us together. Kept us alive. What do you think about this whole Crawford situation? I'd rather not talk about it. Too many awful memories. Even being back here gives me a bad feeling. Even now, with everyone dead? I got no sympathy for what happened to these people. They weeded out the sick and the old. Even children. Those least able to defend themselves so that they could save their own skins. Whatever happened here, however Crawford fell, I consider it poetic justice. Damn girl, that's cold. That's how I feel. If you'd seen what I've seen, you'd feel the same. I'm a little busy here, Lee. Maybe you should go get that battery or help with the medicine. Yeah, yeah. Ich bin im Grunde ja schon fertig. Was hier? Georgia State Flag. Not a history there. Not that it matters much now, I guess. Ja, das ist natürlich Schale für uns. Hüpfspiel, wir können ja mal hüpfen. Okay, rede ich mal mit den beiden, wie es hier vorangeht. Ah, das ist schon gut, Kelly. Okay, alles klar. Also ich gehe jetzt wieder zu denen und versuche denen mal ein bisschen mit ihren komischen Medikamenten-Dingsbundes zu helfen, weil die kriegen das allein echt nicht hin. Die kriegen es einfach nicht geschissen. Kann ich schon mal hier lang gehen? Gibt es hier irgendwas? Nö. Nö. Okay. Weil es wäre schon schön, wenn die mal ihre blöden Medikamente endlich bekommen oder wir unsere Medikamente auch bekommen würden. Dann können wir nämlich weitergehen. Okay, hier sind die Zombies. Ich gehe einfach mal daran vorbei. Ich interessiere mich gar nicht für euch. Warte mal. Ach, nicht hier lang liegen. Da lang. Hm, anscheinend nicht. Äh. Hallöchen. Okay, jetzt soll ich schießen? Okay. Kein Problem. Na, dann kommt mal her, ihr Schnuckelchen. So. Läuft. Headshots für alle. Nimm mal deine Waffe wieder runter. Alles gut. Aber wie sind die hier reingekommen? Abgeschlossen. Na, super. Und dann. Sie sehen, dass sie alle die Medikamente in die Schmerz in der Schmerz. Locked up tight. Da gibt es keine Art und Weise, dass wir es öblich haben können? Vielleicht mit genug Zeit. Aber ich weiß nicht, wie viel davon haben wir. Es wäre ein helles viel schneller, wenn wir nur die vier-dägete kombinationen kennen. Well, ich glaube, dass sie es einfach hier unten und es hier ist, um uns zu finden. Wir müssen nur versuchen, es öblich zu öblich. Wir haben keine andere Wahl. Okay, du sollst gucken, du sollst dir das Bett angucken und dich nicht ausruhen. Was steht hier? Lauter Gekritzel, was uns nicht interessiert. Alles klar. Hier möchte ich irgendwie nicht raus. Na, da könntest du recht haben. Krankenakte? Würde ich mir doch... Oh, eine Trasette. 8-2-O-B, also 82 Tage. Nach Osbruch. Nach Osbruch. Ja. Warte, sie wird wieder. Ich hoffe so. Diese Frau hat mich wirklich nicht als ein Team-Spieler. Ich bin eher die Mercenari-Kind. Wie viel Zeit du denkst, Omid hat, Doc? Du willst meine Medikation? Die schneller wir ihn einen starken Antibiotik zu bekommen, um diese Infection zu kämpfen, besser. Wir lassen es einfach so. Hey, Doc. Ich wollte nur sagen, dass du mit uns gekommen bist. Und für all deine Hilfe. Ich freue mich wirklich. Es ist nicht so. Es sind Zeiten wie diese. Wir müssen uns am meisten helfen, oder? Und wir sind nicht besser als die Crawfords-Sons. Ich habe das gehört. Ich werde sehen, ob ich etwas finden kann, das uns das safe öffnet wird. Eine gute Idee. Ja, das ist wirklich eine gute Idee, denn das Ding brauchen wir. So, Moment. Hier geht es nicht rein. Hier ist eine Videokamera. Die werde ich mir gleich angucken. Ich werde erstmal hier schauen. Gute, gute Frage. Gibt es hier noch irgendwas? Ja, Lee. Nothing in there worth taking. Schade. Auch leer. Und drascheibig. Sie scheint anscheinend zu wissen, wovon sie da redet. Wollen wir mit ihr kurz reden? Hey, Christa. Ja? Ja. Sie machen keine Prozesse mit der Safe? Nein. Without die Kombination, ich weiß nicht, wie wir das Ding öffnen werden. Wenn wir nicht zurückkommen zu Omid mit dem Medizin, schnell. Okay, wir finden es gut. Ich hoffe, ich habe das richtig gemacht, zu bleiben Clemantin zurück in der Haus. Was werden wir noch machen? Bring sie auf eine gefährliche Mission? Ich weiß, ich weiß. Ich will sie sicher sein. Warum sollte sie nicht? Nein. Ich weiß nicht, Christa. Aber Omid ist ziemlich schade. Wenn er mit Clemantin allein in der Haus... Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Wir werden diese Medizin zu Omid, und er wird gut. Er wird gut. Er wird gut. Du bist richtig. Entschuldigung? Ich bin sorry. Nein? Ich bin gut. Ich bin gut. Warum hast du mir das gesagt? Es ist nur, dass du ein paar Tage die letzten paar Tage sahen. Oh, komm mal! Du hast gerade einen rotenden Karkass aufgetrunken. Ich bin froh, dass wir nicht alle aufgetrunken sind. Lee, ich bin gut. Hör auf mich über mich, okay? Hör auf Omid. Wir müssen ihm diese Medizin holen. Schau, Lee. Ich will nur zurück zu Omid. Lass mich mein Ding machen, okay? Okay. Ah. Na, aufschließen will ich das eher ungern. Ich werde einfach mal die Kassette hier in den Camcorder packen. Hoffen, dass der überhaupt noch funktioniert. Schauen wir doch mal, was da drauf ist. Das ist doch der Typ. Den Molly getötet hat. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. As you know, the rules are very clear. The termination is mandatory. You don't have to tell them. Tell them it was just nausea. But you gave me something for it and it went away. This is my problem. Not yours. If Oberson finds out that I concealed evidence of a pregnancy, I'm sorry, but these are the rules. I'm gonna give you a sedative. It'll make the procedure easier on you. I don't want the procedure. I want my baby. I can't do this. I can't do this. Anna, you don't have a choice. Now, if you like, you can take some time with this. But I need you to come back no later than tomorrow. Or I'll have no choice but to inform Oberson myself. I'm sorry. So, da werden die hier gezwungen. Damn it! We almost had it. What the hell kind of place was this? Like Molly said, the worst kind. Lee, maybe there's another tape. We gotta keep looking. I think I recognize that doctor. He was one of the walkers out in the alley by the auto shop. Maybe you should search him. See what he's got on him. Mhm. Ja, that's klar. Vielleicht sollte ich das, vielleicht aber auch nicht. Na, well, dann gehe ich mal wieder raus. Wobei man ja auch sagen muss, eigentlich ist es ziemlich dumm dann zu sagen, Kinder müssen weg. Weil so wird so eine Gesellschaft natürlich nicht sehr alt. Sobald nämlich alle alt sind. Und das ist ja nun mal unweigerlich der Fall. Dann gibt's natürlich das kleine Problemchen. Moment. Achso, das ist aber immer noch. Dann gibt's natürlich das kleine Problem, dass es dann auch keine mehr gibt. Ja, die, die da nachkommen. Ja, natürlich ziemlich, naja. Schlecht durchdacht, möchte ich einfach mal behaupten. Weil es werden ja alle immer nur älter und es gibt niemanden mehr, der nachrückt. nicht.